Guten Morgen. Wir fliegen nach Mallorca. Ich will nach Hause. Wisst ihr, warum wir da hinfliegen? Oh, Marc Eggers, hab hier eigene Show. Ein Typ, der weder singen kann, noch gut aussieht. Der trägt immer noch skinny Jeans und Lederjacken. Ich hab ne Fettung. Ich flieg wirklich nicht nach Hause. Landreich macht mir jetzt ein Angebot. 1000 Euro, wenn du nichts trinkst, das ganze Wochenende. Ich hab gar keinen Fall. Ich bin für 100.000 mit dabei. Würdest du für 5000? Nein. 10.000? Nein. Alter, krass, hast du ein Problem? Let's go. Okay. 20k, du dürftest nicht einen Schluck trinken. Ist ja mein Job jetzt, ne? Los, lauf los. Super, das ist super. So, mein letztes Getränk. Ja, ist dumm. Leute, hier ist Marc Eggers. Wer will Fotos? Mallorca, Party, ne? Gehen alle weiter? Marc, wie machst du das wirklich? Alle kennen dich, Marc, ne? Ey, ist krass mit so einem Promi auch. Wirklich befreundet zu sein. Hat dich auch jemand nach dem Foto gefragt? Deine Mutter benutten so. Leute, das geht ein bisschen zu weit hier. Macht mal die Kamera weg. Ja. Ich war ein Pfarrer. Kass, nimm doch mal das. Currywurst. Kommt grad zu filmen. Doch. Ihr habt ne Führerscheid gepackt. Digga, und das ist so unangenehm. Guck mal hier. Nimm richtig großen Namen, Alter. Maxwell, die Atzen, Digga, und da vorne hier. Party, Palmen und Palmen. Palmen, Palmen und Party. Why can't you not have a video, my child? Ein bisschen leiser nebenan mir, ja? Ich versuche jetzt zu lesen. Nee, ich rumgeschreie hier. Ich muss ja die Rettzentren hoch und lachen. Ja, die kommen ja auch runter. Achtkantig rausschmeißen. Ich sag mal so, San Francisco, euer Nachbar ist not amused. Auto-Klicker hat nicht mehr. Nein, das ist ein Tropfen-Röse. Hat jemand eine Plasche Wasser bestellt? Nee. Wir wollen hier ganz in Ruhe essen, Digga, und jetzt kommt die hier hin. Hallo? Fünf Euro oder einmal im Glückskampf. Aus Fußball für fünf. Ers-Avon-Titon. Und Schau! Tschüss. Ab jetzt wird nicht mehr gefilmt, ab jetzt wird nicht mehr gefilmt. Nieder, du schaffst das. Es ist nicht wahr hier. Nichts mit der Musik zu tun, ich bin einfach nach Hause. Endlich mal ohne Max feiern, oder? Let's go! Scheiß auf Trimix! Scheiß auf Trimix! Oh! 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 Äh! Hehehehe! Knossi! 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 Oh! 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 Ich hab deine Hände gemacht! Zweifelstausch! Endlich nochmal! Zeig! Die Sonne wieder nach! Und dann sind wir wieder vom Sport! Willst du nach Hause? Was? Willst du nach Hause? Ich frag dich immer lieber, Kathi. Kathi, willst du nach Hause? Hey, ich bin nicht dran! Ja, okay. Erlebnisse. Hier sind wir schon wieder viel zu viel. Wir haben gerade noch die Atzen getroffen. Super mega geil! Super mega geil! Haben absolut geiles Hip-Hop produziert. Und jetzt gehen wir was essen! Jetzt schnell! Ja, ey! Er prisst jetzt das Genick! Achtung! Achtung! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Team! Ich dachte, wenn jetzt nicht diese scheiß Wurst endlich mal isst, dann rass dich aus. Komm, wir essen die auch. Ja, komm. Dann wollen wir es halt. Kratze! Stopp! Kratze! Wurst! Jetzt ist das endlich zu! Jetzt ist es! Wir machen jetzt mal hier den Vlog an der Stelle für heute mal kurz pausieren. Oh, wir sehen uns morgen wieder. Oh Herr Meier, ne? Die Verspannung im Arschbereich, ne? Ich hab das Gefühl, mir geht's gar nicht gut. Was ist denn deine Tasche? Wir machen das heute erstmal ruhig und dann geht's später weiter. Das Ding ist halt, ich hab zum Glück nichts getrunken. Deshalb, ich kann noch fahren. Heeeey! Er wackelt so die Kamera, wenn er mich filmt. Bist du noch... Sei ehrlich, hast du was getrunken heute? Wir waren ganz kurz im Megapark. Einmal gucken, ob der Bereich gut ist. Und? Der ist gut. Ich bin einmal in riesengroße Fußstapfen getreten. Und das, jetzt gebe ich die Fußstapfen direkt wieder zurück an Steve, den Ur. Ey, vom Ding her ist es schon wieder so, dass wir... Früh zu früh anfangen. Ich hab das Gefühl... Das ist einfach nicht... Ich hab das Gefühl nicht. Das Klasse ist, der Megapark schließt schon mal um halb vier. Um halb vier nachts. Normalerweise fallen wir bis sieben oder acht. Max meinte, jetzt... Max, du hast gesagt, jetzt passiert's. Achtung! Huuuuh! Huuuuh! Ich muss sagen, was nicht so was ist. Leichter funktioniert. Ich zieh das neue Luggage in der Komme. Hahahaha! Was warst du los? Was warst du los? Sag es. Also... Digga! Max! Max! Hahahaha! Okay, okay, okay. Shortcuts! Krass, was? Ja, ja, ja. Leute! Ich fahr heute die Mietwagen nach Hause! Leute, ich bin hier grad mit einer wunderschönen Frau am Strand. Es ist einfach nur herrlich, oder? Wir zwei da hinten, die Playa. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir waren grad gemeinsam essen. Und es ist die gleiche Scheiße passiert, wie beim letzten Mal mit Code ELI100. Einfach alle sind gegangen. Und wer jetzt diesmal bezahlt... Ich dachte mir, okay, ich zahl das Doppelte. Damit wir fein raus sind. Max zahlt auch das Doppelte. Im Endeffekt sind 300 Euro wieder übrig. Ja, Eli Geller hat wieder eingesprungen. Dankeschön. Ein kurzes Selfie vielleicht? Ey, Chico! Das sieht gut aus! Ey Leute, jetzt geht's ran in... Ey, Omega Park! Omega Lull Park! Hey, fühlst du's hier? Fühlst du's geil? Willst du mit mir auf die Bühne gehen? Ja! Würdest du dich ausziehen? 100.000 Euro? 500.000 Euro? Ja! Komplett nackt? Nein! Komplett nackt? 10 Millionen? Nein! 100 Millionen? Komplett nackt? Nein! Nein! Okay! Jetzt sind wir quitscht! Trymes kratzt mich die ganze Zeit, es reicht! Let's bounce, motherfucker! Let's bounce! Let's bounce! Quitschen bereit! Lass dem Ausfluss von Blau! Let's bounce, motherfucker! Let's bounce! Beste Grüße gehen an Rangloch! Yeah! Hey! So, haben wir ein neues Ding, okay? Okay! Bist du bereit dafür? Ich bin absolut bereit! Es ist ein bisschen eklig! Passt genau zu mir! Die Getränke von den anderen Leuten rein! Packst du auch? Das bringt Glück! Das ist nochmal für die Kamera, ja? Sehr gerne! Amar! Amar! Das ist gut! Das ist nicht zentriert! Das ist nicht in der Mitte, Amar! Guck mal! Hey, Bro! Stell dir mal vor, du hättest in echt gestochen! Das ist ja echt so! Digga, ganz ehrlich! Wer wäre denn so verrückt sich, das sind echt zu schlecht, Digga! Hey, warte mal, Bro! Das ist echt! Das ist echt! Yo, what's up, Bro! 1, 2, 3! Trymax 2.0! Überhaupt nicht, Digga! Seht euch gar nicht ähnlich! Gar nicht! Ich hasse meinen Bruder! Mach mal mit! Wieso? Nein, 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 nein! Ich habe dein Bruder! Nee, nein, nein, nein! Ja, nein! Du hast was hier gemacht! Das ist klar! Du hast auch meinen Bruder! Post? Wieso? Ich habe in die Kühe, die das nicht gehoffen, Du hast es gemacht! Ohne, Oi, o-di, o-di! Ohne, o-di, o-di! Ohne, o-di, o-di, o-di! wieder zu und nur der Wunsch Hör auf! Hör auf! Nicht kratzen! Nicht kratzen, Max! Das ist immer so gut! Wir wollen Partypacken und so, so, Wodka nennen und Bier! Schalalalalalalala, Schalalalalalalala Schalalalalalalala, Schalalalalalalalalala Schalalalalalalalalala Was ist los? Es ist Party an die Zeit! So mein Lieber, das ist jetzt ein Part, den schneiden wir nicht rein, den schneiden wir nicht rein! Machen Sie was, was wir nicht einschneiden werden! Wir sind jetzt wieder Wunschbar! Wir haben jetzt geile Jungs da! Wir feiern heute die ganze Nacht! Zusammen ist die Sonne wieder nacht! Und am Tag wieder nacht! Du bist meine Erziehungsberechte jetzt für den nächsten Film von Stovo! Hey Leute, das ist voll krass! Die verkaufen hier zertifizierte Händler einfach für 5 Euro nur Rolex! Nein! Wie viel? Wie viel denn? Ja, 120! 120?! Er hat 15 bezahlt! Nein! Du willst dich verarschen! Du bist gar kein zertifizierter Händler! Ich will Helmut! Du bist kein... Helmut! Zeig mir dein Zertifikat! Wo ist die Box? Sehr wohl! Das ist viel zu viel! Also 500! Ich geb dir 1.000! Okay! So einer bist du! Willst du verarschen? Ja, machen wir deine gute Frage, Kollege! Verziehen dich! Steht mir die? Nein! Also Double! Das ist geil! Das ist geil! Nirgendwo auf der Welt, außer hier kriegt man so günstig eine originale Rolex! Ich bin wieder und man ist unterwegs! Ich bin wieder unterwegs! Ich bin wieder unterwegs! Ich bin wieder unterwegs! Ich bin wieder unterwegs! Danke! Danke! Nein! 17 Euro ist das Limit! Verstehst du? Wir haben genau 17 Euro dabei! Okay? Aber... 17 Euro? Hey! Wisst ihr... Ich hab kurz Helmut verarschen! Wisst ihr was so ein Vogel frisst? Weil ich hab keine Ahnung, Digga! Wir müssen das Butter kaufen und geficken! Gib mir deine Handynummer! Monster! Stefan! Meine große Wo ist die? Mein genommen ist weg! ... und ich sag was, meine Woche macht, meine Woche macht. ... und ich sag was, meine Woche macht. Ich bin nur in drei Uhr. Ich bin nur in drei Uhr. Komm her! Komm her! Komm her! Das ist Rivi, YouTuber. Wie viele Follower? Musik Musik